Ja, moin moin meine Diggas und Diggerinas und wieder eine Folge Black Ops 3 mit der guten Arianna und dem Niklas. Sag mal ruhig, ihr beiden. Hallihallo. Hallöchen. So, Arschreizeit hier. Genau. Als du das das letzte Mal gesagt hast, haben wir den Fuß in den Arsch bekommen. Shht. Nobody needs to know. Diesmal machen wir es. Ich gehe auf A, Jungs. Ja gut, dann bleib ich irgendwie und mach irgendwas anderes. Ich bleib mal hinten. Geh hoch, okay? Nein! Der ist unten gewesen. Nice. Ich komme mal zu dir. Genau. Oh! Der kam von hinten. Wie viele sind es denn noch? Drei. Ne, zwei. Zwei. Einen habe ich weggemacht. Okay. Er hat ihn da vorne drin jetzt gerade umgenockt. Wo die Bombe liegt, weil er mich gefaust hat. Und da wurde auch ich erschossen. Boah. Er ist wahrscheinlich links von der Tür. Ich höre was. Nice. Die Press- Einen life! An englτιcient und um ist down jetzt mal bitte völlige funkstelle Ja, der hat sich das noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich glaube, dann sollte ich mal in die Mitte. Ja, klar. Okay. Ich komme. Um, unten? Bei B. Ich bin jetzt rechts rumgesprungen. Ja. Ach, du Scheiße. Meine Fresse. Da üben wir noch mal ein bisschen das Ziel, ne? Bin ich alleine? Ja. Nein. Gegen einen, bei B. Wird wahrscheinlich im Wasser sein. Ähm. Ach komm, das schaffste. Ganz easy. Ganz locker. Oh. Schade. Sekunde. Wir sprachen nicht von dem Sturmgewehr gerade eben, was du maximal ranken musst, oder? Ja. Oder? Ja. Kann nicht sein, weil du hast doch die, du hast doch bereits die Dingensanzeige dafür. Du hast alles freigeschaltet. Also du kannst keine Aufsätze mehr freischalten dafür. Hm? Oder ging es um den Abschusszähler? Boah, ich weiß. Ne, das, 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 ne, das Max Level wollte ich haben. Von der Waffe. Ach so. Wegen den ganzen Aufsätzen. Ich glaub, ich lieg bei B mal heute. Ne, wenn du den, wenn du den, äh, wenn du den Clan-Tag drauf bereits freigeschaltet hast, dann hast du alle Aufsätze. Ja, aber ich, wenn du Prestige gehst, dann fängst du da wieder neu mit den... Ach. Okay, vergiss das, ja. Ich hab kein Wort gesagt. Hier bei B. Ähm, da, Sniper Spot, ist einer rumgekommen. Hinter dir. Da. Nein, ich glaub's nicht. Hab ich überhaupt richtig. Hab ich. Sehr schön. Sehr nice. Ach, Streitmann. Ja. Ist übrigens auch so ruhig, weil ich mich ein bisschen konzentriere hier. Ja, ich laber zu viel. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Das ist... Warst du nicht einer von den Leuten, die gesagt haben, dass die Goldtarnung scheiße aussieht? Die Goldtarnung sieht doch scheiße aus. Ja. Warum hast du sie drauf? I'm rich man. Genau. Ach, und bei mir würde ich Diamanttarnung beschweren. Ja, das sieht doch gay aus. Ja. Genau. Fast. Ach, habt ihr euch wieder lieb heute. Ja, natürlich immer. Ja. Äh, Wasser. Auf jeden Fall. Gleich wieder einer. Zwei. Ja, nehm ich mal beide raus. Nur noch einer. Ne, äh, das bei B. Bei B. Safe call. Okay, ich komm durch Mutterschutz. Das... Oh, fuck. Sorry. War ich das? Nein. Einer? Da waren zwei bei B. Boom. 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 Guckt euch das an. Boah. Boah. Das ist ein Witz. Da seh ich hier Ari umfallen und denk so, der muss doch irgendwo sein. Und dann seh ich das da oben. Nur die Beide. Und dann direkt hier. Putz. Schön ins Rückenmark. Ja. Oh ey, ganz ehrlich. Der haut mich immer aus den Sprüngen weg, ohne zu scopen. Und ich treff den nicht. Naja, das ist halt so Quake-Style-mäßig. Aber egal. Ich hab... Oh, ich hab den Sparrow. Nice. Okay, ich geh auf A. Ja. Wie... Wie kann ich nochmal den Sparrow auswählen? Wie geht das noch? Cool. Cool. Danke. Das kann nicht sein! Der ist nach oben gesprungen. Der kommt von oben. Nein! Ich... Ganz viel Wasser getrunken. Artillerie! Ich könnte heulen. Ich könnte echt heulen. Ich bin so nett. Du bist der letzte Mann stand. Schau mir Grace auf der Regie. Und wieder? Unten. Beim Durchgang erkennt. Okay. Ist aber zurückgelaufen. Ich hör was. Ah nein! Ich... Ja Leute, sorry. Das äh... Ja. Eine Sushi-Eistüte hatte ich angebracht. Dieses Gameplay... Dieses... Dieses Gameplay... Ist ein äh... Minus. Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Ach, wir machen's einfach spannend. Jetzt holen wir uns auch wieder einen Punkt und dann... Ja, wenn die jetzt gleich wieder bei rechts außen kommen, dann mach ich sie weg. Das ist... Ich weiß auch nicht. Hier auf dem Map bin ich auf B echt am stärksten. Boah, lag. Normalerweise bin ich auf dem Map eigentlich auch ganz vernünftig. Aber irgendwie gerade gegen diesen Rage-Sushi komm ich einfach nicht an. It's the power! Auf, äh... Ah, Fick, mein Leben, Alter. Nicht schon wieder die... Fucking... Sag mal, hab ich Drohnenstörer drin? Na, komm, komm, komm. Nicht? Hinter dir, hinter dir! Nice! Wie viele noch? Tot! Alle tot! Boah, yes! Oh! Alle tot! Oh! Reflexe aus der Hölle, Alter! Arsch-Dreh-Zeit hier! Ich sag's euch doch! Ja, genau! Ganz ehrlich, wie du den einen da mitgenommen hast... Ich hätt' ehrlich gesagt, dass du den triffst. Hätt' ich auch nicht. Ich hab' auch gedacht, ich sterbe. Nee, bei dem dachte ich sogar eher, dass du den triffst als bei dem anderen, weil du hast bei dem anderen 100 pro daneben geschossen. Der hat er erst stattgekriegt. Guck mal, da fliegt ein Auge. Tschüss! Genau! Der hat ein Auge nach dir geworfen, ne? Und er auf dich geworfen. Ich ziele noch auf den Typen auf dem Kopf. Oh, ich treff den nicht. Und du schießt drei Meter daneben und triffst den. Richtig geil. Richtig geil. Ja, es war wieder eine richtig geile Runde. Und wir drei sind doch hier schön zu sehen auf dem Siegertrepp WTF. Siegertreppchen! Was zur Hölle. Ja, genau. Ja, da würde ich sagen. War eine geile Runde. Wir sehen uns in den Kommentaren. Haut da rein! Genau, bis dahin. Und in der nächsten Folge sehen wir uns auch hoffentlich. Macht's gut. Tschüssi! Ciao!